Guten Morgen, hier ist der Florian von Let's Multiplay. Vielen Dank für 250 Abonnenten. Eigentlich wollten wir über 200 schon das Special drehen, das ging jetzt aber so schnell, dass wir gar nicht mehr da kam, das Special zu drehen. Das Special ist in der Arbeit. Wir haben gestern schon ein paar Sachen probiert. Fußballspielen ging leider nicht. Da wollen die Ballen nicht, da wollen die Traktoren nicht. Wir haben mehrere Sachen versucht und wir haben jetzt aber eine gute Lösung gefunden. Und welche das sein wird, seht ihr auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Also bleibt gespannt und der Gewinner wird auch in Kürze benannt. Vielen Dank für die Regelteilnahme, definitiv. Wir freuen uns auf weitere Abonnenten, wenn euch die Videos gefallen. Liked sie, kommentiert sie und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Nächste Woche gibt es übrigens auch den Bausimulator 2015. Also da dürft ihr auch gespannt sein. Herzlichen Dank.